9 Uhr. Frühstückspause für eine Viertelstunde in allen größeren Betrieben. Die meisten Angestellten drängen zur Kantine, um gut zu frühstücken und vielleicht auch ein erfrischendes Getränk zu sich zu nehmen. Der Weg ist häufig ziemlich lang und verkürzt die wohlverdiente Pause schon einmal. Und hier stehen sie nun. Wenn alle auf einmal kommen, wie es sich ja zwangsläufig ergibt, ist eine zügige Abfertigung einfach unmöglich. Wenn endlich die meisten abgefertigt sind, bleibt zum Essen gar nicht mehr so sehr viel Zeit. Die Folge ist, dass Pausen überzogen werden oder nicht dem eigentlichen Zweck dienen, sich wirklich eine Viertelstunde zu entspannen und in Ruhe zu essen. Und hier stehen sie immer noch an. Währenddessen ist in der Küche bereits ein Heer fleißiger Frauen dabei, neue Mahlzeiten vorzubereiten. Wie lange werden sie noch zur Verfügung stehen? Der Personalmangel wird ständig bedrohlicher. Also heißt heute die Devise, bediene dich selbst. Vielfältig ist das Warenangebot der Automaten. Die Vorteile liegen auf der Hand. Da sich die stummen Verkäufer überall aufstellen lassen, fallen die langen Anmarschwege zur Kantine weg. Übersichtlich, billig, hygienisch, einwandfrei verpackt, wird die Ware angeboten und abgegeben. Wer mit einem größeren Geldstück kommt, wird prompt vom Geldwechsler bedient und erhält das gewünschte Kleingeld. Und auch die leeren Flaschen können wie üblich und ohne Geldverlust zurückgegeben werden. Prompt rollt hier der Nachschub an, ohne den Betrieb damit zu belasten. Denn technisches Personal wird sozusagen gleich mit der Automatenkantine mitgeliefert. Täglich wird die Ware frisch aufgefüllt. In dieser heißen Jahreszeit häufig zweimal und bei Bedarf sogar nachts. Ohnehin bieten die Automaten für die in drei Schichten arbeitenden Betriebe den größten Vorteil. Wer würde sich heute noch bereit erklären, eine Kantine auch nachts zu betreiben? Der Automat aber ist immer für Hungrige und Durstige da. Wie wohl tut gerade in diesen Hundstagen so ein erfrischender Schluck im Vorübergehen oder sogar im Vorüberfahren?